Moin Kinders und willkommen bei Cheap Mr. Z. Heute habe ich wieder einen Bourbon für euch dabei und zwar den George Washington Bourbon. Den gibt es glaube ich nur bei Edeka. Ich bin mir gar nicht so 100 pro sicher, ob das wirklich ein reines Edeka Produkt ist. Aber es ist eine Veritas Vertriebsgesellschaft und ich habe in Hamburg und ich habe irgendwie so ein Gefühl, das könnte ein reines Edeka Produkt sein. Ich glaube, wir hatten ihn auch mal in einem Tasting. Auf jeden Fall, das Ding kostet 9,50 Euro oder 10 Euro um den Dreh und ist auch schön mit Schraubverschluss. Aber wie wir ja schon die Erfahrung gemacht haben, selbst die billigsten Bourbon, denen kann man immer noch was abgewinnen irgendwie. Im Gegensatz zu den günstigen Blends für 6, 7 Euro, wo wir leider schon sehr viele Totalausfälle hatten. Also grundsätzlich, klar, ich finde, der sieht relativ hell aus im Gegensatz zu dem, was wir sonst so an Bourbon im Glas haben. Hier steht auch nichts mit Alter oder so drauf, aber es ist ein Kentucky Straight Bourbon Whiskey. Heißt also, der muss die Grundvoraussetzungen hier alle erfüllen. Hat 40 Prozent und sieht ein bisschen aus wie eine Jim Beam Flasche, würde ich jetzt mal so behaupten, von der Form, Farbe und so. Man kann auch leider nicht anhand der Beschreibung davon ableiten, woher das Ding kommt. Ich würde aber grob behaupten, das wird vermutlich von Jim Beam sein. Muss aber nicht. Kann auch, keine Ahnung, was für ein Stoff sein. Aber es ist, ich weiß, ich wüsste nichts anderes, was da in Frage kommen könnte. Die werben hier mit diesem Limestone Water, das ist ja quasi dieses kalkhaltige Wasser. Wenn du da mal so ein bisschen rumrecherchierst im Netz, dann findest du ein paar Aussagen zu Jack Daniels und Noahs Mill und keine Ahnung was. Aber Leute, ich bin halt nicht so tief im Thema Bourbon drin. Ich versuche es immer wieder. Ich bastle mich da auch total rein. Und Bourbon ist auch so mein privates Whiskey-Hobby nebenbei. Also lass mir gerne da mal so ein paar ältere Bullets mitbringen oder nimm an speziellen Flaschenteilungen oder so teil, um da einfach mal so eine grobe Range zu kriegen. Ich finde das Thema hoch spannend. Aber ich weiß natürlich auch, dass ich da trotzdem nicht so fit bin wie jetzt zum Beispiel Jason oder die Bourbon Diaries. Ich weiß, ich erwähne sie immer wieder in den Videos, aber auf den beiden Kanälen könnt ihr euch im deutschen Sektor am besten über Bourbon informieren. Die haben alle beide oder alle Dry richtig viel Plan davon und da könnt ihr einfach mal reinschauen. Die machen auf jeden Fall richtig coolen Content. So, jetzt würde ich sagen, halten wir hier mal unser Näschen rein und gucken mal, was wir im Glas haben. 40 Prozent, also genauso wie der normale Jim Beam halt. Nur, dass der halt ein bisschen günstiger ist als der Standard Jim Beam. Also, los geht's, Kinders. Ja, also für mich riecht der wie ein typischer Bourbon einfach. Ich habe eine Vanille-Karamellnote, ich habe eine leichte Holznote, ich habe etwas grünes Holz, eine leichte Kräuternote vor allen Dingen. Und alles in allem riecht das Ding einfach rund. Also, es riecht jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das macht keinen Spaß, hätte ich jetzt keinen Bock, das zu probieren, sondern das riecht einfach so, es riecht lecker, kann man schon mal so sagen. Holt mich auf jeden Fall zumindest von der Nase her schon mal ab. Ist jetzt, wie gesagt, nichts super Spezielles, ist jetzt nicht total komplex oder so. Es riecht einfach für mich nach einem leckeren Bourbon. Klar, könnte intensiver sein von den Aromen her, wäre es vermutlich auch mit mehr Umdrehung, aber das muss ja nichts heißen. Ich mag auch Whisky mit 40%. Das heißt jetzt nicht, nur weil hier irgendwie so ein komischer Typ so irgendeinen Whiskykanal hat und der trinkt jetzt nur noch Fassstärke oder so. Einer meiner Lieblings-Whiskys ist immer noch McKellen 12 Jahre Sherry Oak. Der hat 40% und der ist einfach mega lecker, kann man nicht anders sagen. Ja, aber nasentechnisch passiert ja nicht viel. Wie gesagt, es ist Vanille, Karamell, es ist eine leicht grüne Holznote, es ist ein bisschen Holz mit dabei, es riecht einfach angenehm mild und süffig. Und deswegen probieren wir das Ding jetzt auch. Also auf euch. Cheers! Sehr mild, sehr cremig. Auch sehr wässrig, finde ich. Er wirkt sehr dünn. Spannend ist, diese Note, so Mais, Popcorn. Ich habe ganz oft bei Bourbon, wenn die einen relativ hohen Maisanteil haben, das wird der vermutlich hier haben, habe ich ganz oft zu diesem Moment, dass es so ein bisschen süßer ist, ein bisschen popcornlastiger manchmal, ein bisschen buttrig auch. Das kommt, aber er ist hinten raus. Und ich finde, am Anfang hast du einen sehr intensiven Geschmack von diesem grünen Holz, von so einem leichten, angerösteten Karamell, würde ich fast sagen. Also stell dir einfach vor, du hast eine Creme Brûlée gemacht, haust da den Zucker drüber, karamellisierst den und es ist so knapp davor, dass man es noch essen kann. So dieser Moment ist das. Aber alles und allem, der schmeckt gut, kann man nicht anders sagen. Schmeckt, ist süffig, kann man super pur trinken, brennt nicht, ist angenehm, super mild. Also, da machst du erstmal nichts mit falsch. Oh, nach dem Probieren und ich rieche jetzt nochmal dran, dann riecht es nach Zimt. Hat eine zimtige Note jetzt in der Nase. Ich glaube, hol nochmal einen Schluck, also, auf euch. Also, hat schon was relativ Intensives. Also, irgendwo beim zweiten Schluck ist das mehr. Also, gerade dachte ich so, wow, ist der wässrig. Jetzt am zweiten Schluck kommt so dieses Intensivere am Anfang, aber es baut hinten auch wieder so ein bisschen ab. Trotzdem bleibt für mich am Anfang dieses grüne Holz, diese leichte Holznote, weil er am zweiten Schluck auf jeden Fall intensiver ist, hinten raus, wie gesagt, wird süß. Es wird maislastig, finde ich. Dieser leichte, verbrannte Creme Brulee-Geschmack ist trotzdem noch da. Und spannend ist, wenn du an der Buddel riechst, also, ich habe ja gerade probiert an der Buddel gerochen, die Buddel riecht nur nach grünem Holz. Wenn du da an der Flasche, am Flaschenarzt riecht, riecht es einfach nur, als wenn ich gerade im Garten die Äste und die Bäume frisch geschnitten habe. Da riecht es wirklich super intensiv. Also, ich sage mal, der macht dir nichts falsch, der schmeckt, den kann man auf jeden Fall kaufen und ich glaube, da kannst du auch Cola reinkippen, das ist ein süffiges Ding. Und auch wenn der nicht super speziell ist, glaube ich, mach es hier mit 9,50 Euro oder 10 Euro nicht viel falsch. Das ist auch ein Ding, was du auch mal für eine Party vielleicht holen kannst oder wo man sich auch nicht für schämen muss. Es gibt ja Leute, die sagen, ich kaufe so günstigen Whisky nicht, weil ich mich dafür schäme. Aber ganz ehrlich, wenn das Zeug doch schmeckt, warum denn nicht? Es ist ja jetzt nicht schlechter hergestellt als ein anderer Whisky. Es ist vielleicht einfach nur die Zusammensetzung ein bisschen anders. Also, ich bin hier auf jeden Fall bei 4 bis 5 Daumen hoch. Ist jetzt nicht der Überflieger von den Aromen, aber ich finde, es ist ein leckerer, süffiger Whisky und im Vergleich zum Preis kann man hier absolut nichts falsch machen. Von mir auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Wer so ein Ding haben will, kann man sich auf jeden Fall mitnehmen. Und wenn einer meckert, dann soll er sich das Video angucken. So, so ist es. Gut, Kinder, wenn ihr George Washington schon mal im Glas hattet, also den Whisky, nicht George Washington selber, dann schreibt mir gerne mal Feedback dazu in die Kommentare, lasst mir ein Like da und abonniert natürlich direkt den Kanal. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche Freitag, 17 Uhr wieder, wenn ich hier Whisky unter 25 Euro für euch verkoste. Bis dahin, euer Cheatmister Z.